Ja, die Strecke ist sehr interessant, absolut eine Herausforderung. Ist richtig tricky, aber schön zu fahren. Das Wetter dürfte ja auch optimal sein. Das Wetter ist optimal. Ich denke, das Auto passt gut. Das Auto passt auch. Das Auto passt auf zucken. Das Auto passt gut, das Auto passt gut. Je Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020